Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt heute mal wieder einen Townie Makeover und ja, ich hatte einfach Lust drauf, Bob und Eliza Pancakes zu Townie Makeovern. Und außerdem ist es halt einfach ein bisschen leichteres Video in Anführungszeichen. Ich habe auch nicht so lange für die gebraucht, deswegen ist das Video dementsprechend auch ziemlich kurz. Aber das ist schon okay. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe zum Beispiel ja Bob jetzt ja auch seinen Bart und seine Haare nicht geändert, weil irgendwie habe ich nichts, was halt irgendwie dem nahe kommt und sonst wäre es einfach ein komplett anderer Mensch. Und das ist halt nicht so das, was ich mir darunter vorgestellt habe. Deswegen, ja, sieht er relativ ähnlich einfach aus. Also er hat halt einfach dieselben Features wie vorher. Ja, deswegen, ja, auf jeden Fall, ich wollte euch auf jeden Fall noch vorher einmal aufklären. Heute, wenn das Video online kommt, fängt Schule wieder an. Heißt, es könnte sein, dass eventuell auch mal Videos ausfallen. Da solltet ihr euch einfach mal nicht, also macht euch keine Sorgen oder so. Das sind Dinge, die könnten einfach mal passieren, weil, ich meine, ich habe dann einfach weniger Zeit, weil, ne, ja, es ist halt auch sehr stressig für mich. Schule ist mich einfach ein sehr stressiger Ort. Und, so, und deswegen, ja, ich werde versuchen natürlich trotzdem alles so weiterhin so beizubelassen mit zwei Videos die Woche. Also jeden Mittwoch und jeden Samstag um 17 Uhr. Ähm, wenn ein Video ausfällt, dann würde ich eher sagen, fällt das Mittwochsvideo aus, weil ich würde gern trotzdem die 100 Baby Challenge weiter jede Woche am Laufen lassen. Ähm, ja, das ist so mein Ding. Also ich finde zwei Wochen, zwei Videos die Woche ist halt sogar noch relativ human. Das könnte ich auch eventuell trotzdem noch hinkriegen, auch während Schule, aber das sehen wir dann ja. Und, äh, ich werde euch auf Twitter auch auf dem Laufen enthalten, ob ein Video ausfällt oder nicht. Ähm, da könnt ihr einfach mal gucken, in der Videobeschreibung ist das verlinkt. Oh, num, ja. Jedenfalls habe ich für die Eliza ein bisschen länger gebraucht, weil ich ihr einfach einen neuen Look verpassen wollte, so auch. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, weil ich finde die Eliza eigentlich echt gar nicht so toll. Aber jetzt, in ihrem Makeover-Moment, ist sie einfach ein cooles Girl geworden, finde ich. Deswegen, äh, da kann man schon mal sagen, dass das eigentlich ganz cute ist, so. Und es ist einfach genau derselbe Style, den sie ja vorher gefahren ist, aber halt ein viel cuter. Deswegen, ja. Manchmal muss das einfach sein. Ja, und das war das Video auch schon. Ähm, das ist halt krass, wenn manchmal auch mal kürzere Videos kommen, aber, ähm, ja. Ihr seht ja, Samstag dann wieder die 100-BB-Challenge. Das ist wieder ein normal langes Video. Aber, ja, das muss ich auch noch schneiden. Aber das kriegen wir alles hin. Das werde ich schon rechtzeitig zu Ende kriegen. Und, ja, wird schon alles okay sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss.